So, ich habe ein Paket bekommen, also zwei Pakete und ich möchte es gerne auspacken. Ich fange mit dem Kleinen an, das müsste einer der Wasserprodukte sein. Die Masse ist ja nicht teuer, aber es ist schön, dass die Pizze relativ weit hoch ist. Ich brauche hier so etwas, einen 2-Tapulten für das Mütze, das wir wissen, aus dem 20-Jähriger Ölfass zu kriegen. Damit hätte man den Verschluss greifen können, ich kann es mir gerade zeigen. Ich habe es zum Glück so aufbekommen und wenn man sie ab und zu braucht, habe ich mir noch ein Set Rohrzangen dazu bestellt. Das mache ich jetzt aber auch noch. Drei Rohrzangen und drei verschiedene Größen auch im Rot. So kompletiere ich dann langsam meine Werkzeugslinie. Woher jetzt ist die Flur gesteckt. … Ich glaube jetzt ist das nicht ist die Flur gesteckt. ... ... – … … ... … … Um, 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 um. Das war's. Das war's für heute. Okay. Ich bin hier. Das war's für heute. So. 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 Das ist der Wurste von den Zeilen. Die geht auch relativ weit auf, das sind 2 Zoll. So. 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 Das ist 20. So und das Schöne an den Gieren ist, es ist geherteter Stahl und das müsst ihr erstmal relativ gut halten. Hiermit kann man halt komfortabel einstellen, wie weit sich das drehen soll. So, habe ich drei schöne Zangen und eine zum Wind nehmen. Ja, tschüss. Zeig es mir. Die Leidtzeilen. Das ist so Wind nehmen. Das ist nicht so Wind.